Hallo ihr lieben Freunde von Global Family und Kindern und Familien in Not. Mein Name ist Manfred Ehrenhofer von Sigma Winum. Ich bin ganz angetan von dieser Aktion und bereit, dass ich gerne meine Topseller-Weine von Sigma Winum, nämlich einen grünen Vietliner aus Niederösterreich, einen wirklichen Bestseller und einen Zweigelt aus dem Burgenland in die stille Auktion zu geben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie alle mitmacht und die Gewinner, die Besten oder auch die Zweiten, das muss man organisieren irgendwie, denen mache ich noch zusätzlich eine Top-Weinverkostung hier in der Weinbank. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!